Ja, also mein Name ist Renate Braun-Schmitz, ich bin 1930 geboren in Solingen am Zentralen. Das werden wir nachher nochmal erläutern, warum ich die Verbindung über mein Elternhaus eigentlich zur Pina Bausch habe. Und zwar mein Lebensthema ist der Generationendialog. Das heißt Jung und Alt gemeinsam, ob die Jugend jetzt 18, 20 ist oder in ihrem Alter, das spielt jetzt keine Rolle. Also ich bin in der Großmutter oder manchmal in der Urgroßmutterrolle. Für mich geht es einfach darum, und das treibt mich sehr an, dass die Generationen sich nicht separieren, sondern dass sie ab und an mal etwas gemeinsam machen. Das, was Sie und ich jetzt machen. Ich als Zeitzeugin von der Pina Bausch ist ja auch ein Generationendialog. Also ich habe sie kennengelernt. Sie ist ja Jahrgang 40 und wir haben 1947 unsere Konditorei, unser Café wieder geöffnet. Und da kam sie immer als eifrige Kundin hin, als kleines, junges Kind und hat immer Süßigkeiten gekauft. Das war ihre Leidenschaft. Und ich glaube, mich zu erinnern, das ist mir deutlich vor Augen, und da habe ich mit meiner Zwillingsschwester noch drüber gesprochen, dürfte vielleicht 47, 48 gewesen sein, wie sie erzählte, dass die ältere Schwester Anita zum Ballett ging und dass sie das auch gerne möchte. Und dann hat sie so ein paar Tanzschritte vor unserer Theke gemacht. Deutlich erinnere ich mich an eine laufende Nase und am rutschenden Bleilunterhosen. Also als ganz junger Mensch, da zehn Jahre Altersunterschied spielen schon eine große Rolle. Wir hatten denn als 18, 19-Jährigen nicht so ein riesiges Interesse an einer 8, 9-Jährigen, ist klar. Sie hat aber oft gespielt. Wir hatten die Helga Krafhorst bei uns im Haus, die genau ihre Altersgruppe war, 40 oder 42, und die war immer mit ihr draußen. Und ich habe sie schon mal beobachtet auf dem Bürgersteig, das Elternhaus von der Pina war. Ein Haus war dazwischen, was in städtischem Besitz war. Und dann kam die Gaststätte der Bausch. Also dann habe ich die Kinder schon mal beobachtet. Aber die Verbindung bestand eigentlich ausschließlich darin, dass sie in den Laden kam und ihre Süßigkeiten kaufte. Und dann, als sie so 13, 14, 15 war, da habe ich sie eigentlich ein Stück aus den Augen verloren. Ich war acht und bin in die Ballettschule eingetreten. Also bin hingegangen, weil es mir vom Arzt verschrieben wurde, irgendwas schwimmen oder sowas, Ballett machen, weil ich unter Migräne gelitten habe. Und das hat ja auch geholfen letztendlich. Ja, und dann habe ich unter anderem eben auch diese Pina kennengelernt, die ein Jahr älter war, gutes Jahr älter war als ich. Und am Anfang ist man ja noch kleiner und lernt erst. Und wir waren aber später in dieser erste, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nannt, aber in der Spitzenklasse. Ja, und da habe ich sie kennengelernt und die war immer schon viel besser als all die anderen. Genau, das war 1952 hier in Solingen im Ballett in der alten Stadthalle. Da habe ich Pina zum ersten Mal gesehen, bin selber ins Ballett gekommen, aber ich war das Küken, ich hatte vorher noch kein Ballett und musste also bei den Kleinen anfangen, die noch keine Ahnung hatten. Und Pina war schon länger im Ballett und konnte also schon sehr, sehr viel mehr als ich. Und dann, da es mir sehr viel Spaß machte, stieg man dann, ich glaube es waren drei Gruppen, die schlechten, die besseren und dann die allerbesten. Und dann stieg man eben auf und dann kriegte man auch den näheren Kontakt. Und das kam dann bei mir automatisch, weil wir den Weg gemeinsam gehen konnten. Also Pina wohnte am Zentral, ich wohnte zu der Zeit noch auf der Scheiterstraße und die Scheiterstraße ist ja Richtung Wasserturm und dann sind wir dann zusammengegangen bis zur Ecke der Scheiterstraße. Und das war dann natürlich der ganz private Kontakt. Meine Ballettkarriere hat begonnen, als wir eine Haushaltshilfe bekamen, eine Frau Bäumer, deren Tochter Elke Heidi Bäumer war im Ballett. Und durch die bin ich eigentlich da hingekommen, denn vorher war bei mir Ballett auch nicht unbedingt ein Thema. So, und da waren dann noch eine Edith Kellner, an die ich mich erinnere, eine Christel Pötz, an die ich mich erinnere, deren Eltern hatten in Solingen eine Molkerei auf der Potsdamer Straße. Und an die Christel Killing natürlich, die ich also heute auch noch öfter sehe, weil wir zusammen im Tennisclub waren, ich war nicht, bin ich mehr drin. Ja, und das waren eigentlich die, an die ich mich noch erinnere. Aber die Urheberin für meinen Ballettwunsch war Elke Heidi Bäumer. Und das waren Solinger, aber ob sie noch hier in Solingen ist und ob sie noch lebt, weiß ich nicht. Ja, die Pina Bausch war ein zentraler Kind, ich hier auch, auch am Zentral geboren. Wir kannten uns so nicht, sie war ja auch vier Jahre jünger, was natürlich im Kinderalter viel ausmacht. Ja, und die Pina, die habe ich dann noch sehr gut in Erinnerung von einer Weihnachtsfeier von der Schule Zentral. Und das sehe ich dann deutlich vor Augen. Ich habe sie sicher schon mal als kleineres Mädchen gesehen, aber in dieser Form nicht. Das muss wohl 1949 gewesen sein oder 48, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Die Schule Zentral feierte ihr Weihnachtsfest in Grefrath in der Freiheit. Ja, und dann, wie das so war, der Schulkor sang und es wurden sicher Gedichte aufgesagt, da kann ich mich jetzt aber nicht mehr so im Einzelnen erinnern. Und ich weiß nur, dann kam der Auftritt von Pina. Dann hieß es jetzt, kommt Pina und tanzt. Und dann standen wir alle drumherum, dann wurde irgendwo das Licht ausgemacht und da, wo sie tanzte, wurde es angemacht. Ich weiß, dass sie ein hellblaues Kleid anhatte, mit Tüll wahrscheinlich. Das war damals ja mit Tüll so. Mein Wohnort, sprich der Wohnort meiner Großeltern, wo ich sehr oft war, dort bin ich auch geboren. Das ist im Focherdal, das ist eine Hofschaft vor Nümmen. Das ist hier in Solingen eigentlich bekannt. Und das war damals für uns Kinder sehr schön, weil da, ja, da fuhren keine Autos. Und da fuhren noch, das ist, wo die Trasse ist, die von Wald nach Gräfrath geht. Da spielten wir dann, da war so ein kleiner Bahndamm und da haben wir dann im Sommer getollt. Und ja, ich konnte gerade, gerade in Handstand, aber Pina war dann schon ständig mit Spagat. Und ja, also, sie war schon was Besonderes, allein schon, wenn einer Spagat konnte und machte sehr ständig und nicht mit großen Mühen, sondern zack. Und dann habe ich noch eine Begebenheit, die habe ich schon mal erzählt. Wir gingen also gemeinsam bis Ecke Scheiterstraße und auf der Mitte des Weges gab es eine Bäckerei. So, und Pina hatte immer Geld in der Tasche. Und dann wurde an der Bäckereistation gemacht und sie ging rein, holte zwei Apfeltaschen, eine für sich und eine für mich. Und so bekam ich eine Apfeltasche. Das ist eine schöne Erinnerung. Da kostete die Apfeltasche noch 10 Pfennig. 10 Pfennig. Wahnsinn. Die war auch sehr freundlich, immer, immer freundlich. Und auch als sie, die war ja eigentlich die Größte, als wir dann in den Bussen waren, dann war sie ja auch mit, wenn wir zusammen waren, die waren nicht, wir waren ja auch nicht immer alle dabei, konnten nicht immer. Aber sie war dann schon, die hat mit uns zusammen. Aber was ich mich auch erinnern kann, wir mussten uns zum Beispiel hier im Theater umziehen mit den großen, also mit den Ballerinen da. Und das fanden wir ja toll. Da wurden wir ja auch so ein bisschen geschminkt. Und da gehörte die eigentlich dazu. Und wir waren einfach nur kleine Kinder, die da mit rumliefen. Das war einfach eine andere Liga. Vielleicht hat sie es selber gar nicht so erlebt, aber wir haben mit offenem Mund zugeguckt. Die kriegte was gezeigt und machte es nach. Und wir mussten drei, vier, fünf Mal üben. Es war einfach unglaublich, fand ich. Ich kann mich an eine Sache erinnern. Wir mussten mal so quer durch das Ballettraum. Jeder sollte so, immer die gleiche Musik. Und wir sollten dann so einen kleinen, irgendwie einen kleinen Tanz aufhören, aus der Erinnerung. Und da legte die da ein Ding mit Pirouetten und so weiter hin. Und ich stand wie da und habe eben nur mal gesprungen und so. Das war einfach, man war hin und weg von dem, was die uns zeigte. Und da waren sicherlich welche auch besser noch als ich, die dann auch einigermaßen, aber sie schwebte über all dem da. Sie war wirklich da. Viel, viel anders, besser. Die konnte sich toll bewegen gehen. Das war also wirklich, das war eine Gabe. Die hat das in die Miege gelegt gekriegt, dass sie das konnte. Die war unauffällig, ne? Die erzählte auch nicht viel. Aber hatten wir auch gar keine Zeit. Wir kamen, haben uns umgezogen und dann ging es an die Stange und wie das so ist, ne? Aber so privat, da sind wir gar nicht zugekommen, nein. Ich fand sie nett, aber auch nicht besonders. Nur, dass die eben so toll sich bewegen konnte, das fand ich... Das war anders als bei all den anderen. Da hatten wir mehr Kontakte. Da konnte man auch mal einfacher sprechen. Aber hier hat man immer mit Hochachtung schon vor der Pina gestanden. So, ja. Also die war anders als wir. Und die ging auch anders. Die hatte schon den typischen, immer ausgestreckt, Brust raus. Und die ging auch so. Und ich habe sie auch persönlich nie mit dieser strengen Frisur erlebt. Ich habe sie eigentlich nur mit ihrem Pagenkopf erlebt. Und da gefiel mir das sehr gut. Diese strenge Frisur ist ja, klar, die Haare stören beim Tanzen. Aber diese strenge Frisur, die machte sie so herab. Das fand ich also dann schöner, wie sie die Haare noch zum Pagenkopf hatte. Und dann kannte ich sie auch. Die Eltern hatten ja eine Gaststätte am Zentralen. Dieser Focherdal, da geht die Focherstraße. Da ist ja jetzt eine Apotheke. Da war dieses wunderbare Café Müller. Und dann nebenan war ja die Gaststätte von Pinas Eltern. Und ich kann mich gut dran erinnern an Pinas Mutter und auch an Pinas Vater. Pina, das darf ich ja ruhig sagen, war eine ziemlich stabile Frau. Die Mutter. Die Mutter, eine Gastwirtin, das ganze Gegenteil von der Pina. Die war immer, wie eine Hippe, schlank, dünn. Und der Vater war ein sehr großer, stattlicher Mann, Gastwirt. Und Pina tanzte da auch schon immer über die Tische. Und an was ich mich besonders erinnern kann, die, ich weiß nicht, ob Sie das, aber wahrscheinlich schon unsere Ballettmeisterin, war die Frau Homburg. Und die hat auch noch das Ballett, wir hatten ja noch ein eigenes Ensemble hier in Solingen, das Ballett trainiert. Und ich kann mich so erinnern, dass wenn da mal von den Ballerinnen eine ausfiel, was ja immer, die Pina konnte damals schon gleich jeden Part mittanzen. Das war für uns faszinierend. Das war für uns eigentlich undenkbar, aber sie konnte es. Ja, und so haben wir die, die war eigentlich ein bisschen, sie war immer ein bisschen außen vor, wir waren so eine kleine Clique, aber sie stand irgendwo, schwebte über dem Ganzen. Frau Leonor Homburg, die uns das Tanzen beigebracht hat, oh, das war eine Persönlichkeit, die hat ja auch die Tänzerinnen, die eben in den Stücken auftraten, hat die auch geschult. Also die war schon, die war auch stramm, also da ging es richtig stramm zu. da huschte nicht mal einer dahin und der andere huschte mal da, nee, das war also wirklich Disziplin. Das muss aber auch so sein, sonst brachte das ja gar nichts. Und die achtete auch darauf, dass alle ihre Übungen richtig so machten, wie sie das gerne hätte, Handhaltung, Armhaltung. Das war auch so eine ganz tolle Frau, sehr groß gewachsen und ich kann mich auch immer so an diese Hände erinnern, die hatte große Hände und wie die denn, wenn die uns das zeigte. Deshalb machte die Pina, die konnte ja auch, die hat ja auch diese Handbewegungen gemacht. Das spiegelte sich schon ein bisschen, da hat sie mit Sicherheit sehr viel von gelernt und abgeguckt, wie man halt, ja, im Grunde ist es ja, und das ist mir, ja, ist mir in Erinnerung geblieben, ja. Mein Ballettröckchen und Oberteil hat meine Mutter gemäht, also das war nichts Bestelltes, das, und dann passierte eben bei mir das große Fech, ich bin aus diesen Sachen ausgewachsen und dann ist es so, du kriegst keine neuen, du musst aufhören, war nichts mehr mit neuen Ballettröckchen und Oberteil, das war vorbei, gab es nicht. Leider. Wir mussten so ganz runter in den Keller und so ein Waschkeller oder irgendwie, war ganz primitiv, aber dieses Anziehen schon und ich, auch so die ersten Kleidchen, man hatte ja noch nichts und ich hatte, wir hatten eine Näherin, meine Mutti hatte die und die hat uns so kleine Kleidchen und mit so Bustiers gemacht und auf einmal hatten das alle, da war ich wohl der Vorreiter von, und später, als wir größer waren, da hatten wir schon unsere schwarzen Anzüge an, das sieht man, ich hab's jetzt ja nochmal geguckt, wie in der Bilder, das war aufregend, das war einfach nur aufregend. Und dann weiß ich nur, wir haben zusammen in einer Operette mitgespielt, das war ganz interessant, da kriegten wir da schon, wir kriegten auch, dann da noch immer so zwei Euro, wo wir uns ein Brötchen von holen konnten. Bis nach Essen, in Essen haben wir gespielt, da war so eine Truppe von, in Gräfin Maritza haben wir mitgespielt, da war mal so eine Truppe, da war die Pina auch dabei. Wir waren acht Kinder, wobei die Pina wieder die größte, auch vom Wuchs her die größte war, und wir haben dann immer zu zweit, mussten wir so reintanzen, zu der Hauptdarstellerin. Und das haben wir gemeinsam gemacht. Und dann wurden wir mit dem Büsschen, also wir fuhren mit dem großen Bus und mit dem Büsschen dann wieder nach Hause fahren. Wir mussten ja dann wieder nach Hause, weil wir ja Schule hatten. War eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ja, das war eben, da war die Pina auch dabei. Und ich kann mich eben auch erinnern, dass die dann eben auch schon aufgetreten ist, aber mit dem großen Ballett, was wir faszinierend fanden. Ich war die Einzige in der Schule, die einen Tanzunterricht hatte. Ich musste dann auch auftreten. Das sind ja die Dinge. Es war faszinierend. Und wenn ich in die Schule kam, dann sagten sie, die Kostner Tanz, das war was ganz Tolles. Es war aber einfach aus dem Grunde, ich habe als kleines Mädchen schon mit acht Jahren mit Migräne zu tun gehabt. Dann sollte ich schwimmen oder irgendwas musste ich mal turnen. War zu gefährlich. Ballett wollte ich immer. Aber welche Eltern wollen das? Meine Eltern waren Geschäftsleute und die hatten sehr wenig Zeit für mich. Die hatten Obst, Gemüse, Großhandel. Die waren morgens um vier Uhr aus dem Haus und waren mittags zu Hause, wenn ich aus der Schule kam. Die hatten gar nicht die Zeit. Es war ja eben alles im Aufbau. Und dann war das schon etwas Außergewöhnliches. Und ich durfte dann wirklich tanzen. Für meinen Vater war das niveaulos. Mein Vater war ein Akademiker durch und durch. Und das war damals, ich habe immer gesagt, es wurde überhaupt nicht diskutiert, was die Töchter wollten. Und da hat ja sicher die Pina Glück gehabt. Ich glaube, die Bauschens wären nie auf die Idee gekommen, der Tochter zu sagen, bleib du in der Kneipe. Die Schwester hat da eine Weile geholfen, aber ich glaube, die hat dann früh geheiratet. Ob die einen Beruf erlernt hat, also in unserem Alter, weiß ich nicht. Aber da hat man vieles mit bei Frauen verhindert an Entwicklungen. Ich muss dazu sagen, ich tanze selber sehr gerne, habe lange Turnier getanzt, habe mit dem Herrn Waluga eine uralte Tanzschule unterrichtet, dessen Frau und dessen Kind sind beim Solinger Angriff umgekommen. Und ich habe viele Kurse mit ihm gemeinsam unterrichtet. Und das war mein größter Wunsch, Tanzlehrerin. Aber meine Eltern dachten, oh, das ist nicht weit entfernt vom Varieté oder vom Zirkus. Die hätten mir das nie gestattet. Und damals war ich eine bunte Kuh in Süditalien und konnte am Abend nicht ausgehen mit einer Freundin alleine. Man musste immer in männlicher Begleitung sein. Also meine Familie hatte nichts dagegen. Aber der soziale Stand war einfach so, wenn sich eine Frau am Abend, auch am Abend, wenn es noch hell war, alleine draußen bewegte, wurde sie degradiert als Maladonna, also als leichte Frau. Und man musste dann damit rechnen, dass man auch so behandelt wurde. Und deshalb tat man es auch nicht. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass sie freier aufgewachsen ist. In einem Wirtshaushalt ist es bestimmt nicht so eng zugegangen wie bei uns zu Hause. Wo also auch pünktlich Mittag gegessen wurde und wo also alles irgendwo seine Regel hatte. Also da denke ich mal, da hat die Pilas vielleicht, was auch ihren Beruf betrifft, wesentlich leichter gehabt. Also meine Eltern haben in jedem Fall unterstützt, dass ich Bewegung was machen durfte, indem ich mich bewegen konnte. Aber eben nicht den Beruf der Tänzerin war aussichtslos, war aussichtslos. Und mit 14, ich durfte dann Tennis spielen. Dann ist die aber früher, ich bin noch, ich bin mit 15, habe ich aufgehört, da war ich aber noch auf der Haushaltsschule. Und dann ist das Theater hier abgebrannt. Da war die Pina aber schon nicht mehr da. Und ich kann mich auch erinnern, da habe ich auch Bilder von, als die Frau Homburg weggegangen ist, war die Pina auch schon weg. Also war die ein Jahr älter, aber bestimmt zwei Jahre vorher schon weg. Und ich war bis 15 auf der Ballettschule. Und das sind so die Erinnerungen, die ich habe, an das Training, wöchentliche Training. Wir haben auch so einen extra Kurs noch gehabt mit Stepptanz und so weiter. Aber die konnte halt alles. Aber primär war da eben, ja, ihr Spitzentanz. Das war einfach damals schon für uns faszinierend. Ich bin drei Jahre mit Pina in der Ballettschule gewesen. Und dann habe ich aufgehört. Und Pina ist, glaube ich, dann in die Volksbanksschule gegangen und hat dann den Weg der Tänzerin genommen. Mein Bruder war in der Kaufhalle in Solingen. Die kennen Sie wahrscheinlich nicht mehr, wo Solingen so zerstört war. Und da hatten die in der Kaufhalle einen Tischtennis-Club, sag ich jetzt mal, mit Frauen. Da waren ja mehrere Frauen da. Und er mit seinem Meister auch. Und die spielten da Tischtennis. Und dann wurde Solingen ja wieder neu aufgebaut und die alte Kaufhalle wurde abgerissen. Und dann sind die auf, wo jetzt, oder wo früher, die Deutsche Bank war da oben. Und da hatten die aber keinen Platz für Tischtennis. Und da ich ja den Bausch, den Onkel August kannte, da bin ich dann zu ihm hingegangen, zum Zentral, und habe ihn gefragt, ob wir die Möglichkeiten hätten, bei ihm Tischtennis zu spielen. Ja, hat er gesagt, das können Sie machen. Und ich sage, was er dafür kriegte, dann hat er gesagt, er nimmt da nichts für, sondern wir müssen Umsatz machen. Das heißt also, wir waren ja noch jung, also Alkohol gab es sowieso nicht zum Spielen. Unsere können Alkohol gebrauchen. Das heißt also, wir mussten da was umsetzen. Angrenzend hatten die einen, wenn ich mich gut daran erinnere, dann hatten die eine Kegelbahn da. Und die Kegelbahn hatte, der Vorderraum, der war ziemlich groß. Und da konnten wir mit den Tischtennisplatten, die haben wir dann von Solingen dahin geholt, konnten wir Tischtennis spielen. Jetzt wollten wir natürlich was zu trinken haben. Und siehe da, da kam die Tina. Die Tina hat die Bestellungen aufgenommen. Und da habe ich am Anfang gedacht, wer ist denn das? Kann ich ja so nicht. Ich wusste ja nicht, dass die Kinder hatten, die Baus. Die Tante und den Onkel, den kannte ich ja. Und dann hat die Tina, die hat die Bestellungen aufgenommen und hat uns sie dann auch später gebracht. Sie war sehr schüchtern. Sehr schüchtern. Also die hat die Sache dann dahingestellt. Da konnte sich jeder nehmen, was er wollte. Und sie ist dann so schnell wie möglich wieder raus. Und wie gesagt, die Zusammenkunft da, die war so kurz. Und dann, und vor allen Dingen, das ist schon fast 65 Jahre her. Also ich habe sehr früh eigentlich angefangen zu tanzen, weil ich einen Freund hatte, dessen Schwester arbeitete in einer Tanzschule. und die hatten gerade so eine Kindertanzgruppe eröffnet. und da habe ich dann mitgemacht. Da war ich zwölf. Und da habe ich dann die Seelenschaftstanz gemacht, bis die die mussten irgendwann schließen. Und dann haben bei die Schwester gesagt, bei der Ballettschule, und dann bin ich da auch mit hin. Aber dann ist sie da weggegangen, da habe ich dann auch aufgehört. Und und dann habe ich eigentlich erst wieder so im normalen Alter, wo man in die Tanzschule geht, wieder angefangen. Und das habe ich dann weitergemacht, bis zum Abitur, im bisschen dazwischen umgezogen, im Tanzkreis Blausilber in Hamburg. Weil mein Vater war zwar ein sehr musikalischer Mensch und spielte mehr Instrument, aber ich bin halt so aufgewachsen, viele andere auch, dass also Musik, Tanz und sowas ist ein Hobby, aber ist kein Beruf. Ich bin in Solingen geboren und mit einem Jahr sind wir nach Obo-Ursel gezogen, von Frankfurt, von Obo-Ursel ging es nach Siegen, von Siegen ging es nach Butzbach und zum Studieren dann nach Hamburg. Mit 21 habe ich gedacht, ach, ich sitze immer nur so rum, ich muss mal wieder was machen. Und dann habe ich wieder angefangen, so Unterricht zu nehmen, ein bisschen Jazz-Tanz und dann war ich da an der Nuller-Augusschule in Hamburg und dann wurde das mehr und mehr und dann bin ich da in die Tanzpädagog-Ausbildung gegangen und habe dann gleichzeitig parallel studiert und die Tanzpädagog-Ausbildung gemacht, ein Semester lang. Aber das war mir klar, dass das wird nichts, also das eine wird nichts, das andere wird nichts. Und es war ja damals noch so, dass man also mit 21 noch dazu, konnte man nicht mit Tanzen anfangen. Und dann hörte ich, dass man bei Volkwang sagte, mir eine, eine Mädchen, die auch bei Baden-Urge war, die nehmen auch alte Männer das Ganze mal versuchen. Und dann habe ich mich da gemeldet, habe die Aufnahmenprüfung gemacht und wurde genommen. Und dann probierte ich es mal. Ich bin immatrikuliert geblieben in Hamburg und ein Jahr später kam die Anfrage von Frau Marsch, ob ich nicht bei den Sacre du Ponton mitmachen wollte. Und dann war die Entscheidung treu. Also sie hatte uns im Laden gesagt, dass sie ein Stipendium bekommen hätte. Da war sie, glaube ich, schon auf der Volkwangschule angenommen worden. Ich weiß jetzt gar nicht als Schülerin, Studentin, wie man das nennen sollte. Und hat ein Stipendium nach Amerika bekommen und ist dann dahin gefahren. Und ab und an kam der Herr Bausch, nicht Frau Bausch, die blieb in ihrer Gaststätte. Und erzählte denn das meinem Vater und uns, er machte sich Sorgen, seine Tochter hätte relativ wenig Geld und wie es ihr da wohl ging. Also die hörten nur alle paar Wochen mal was von der Tochter. Und ich kannte es nur aus den Erzählungen der besorgten Eltern. Und dann, als sie wieder kam aus Amerika, da kam sie in den Laden und ich habe sie nicht wiedererkannt. Die war zu einem Grippe abgemagert. Und ihr Vater sagte meinem Vater mal, als er auch für die Tochter Kuchen kaufte, er hätte sie ganz besorgt zu einem Arzt gebracht, weil sie so ein enormes Untergewicht hatte. Und er hat gesagt, Herr Bausch, hören Sie mal, solche Leute habe ich nur als Holocaust-Überlebende gesehen. Sie müssen dringend etwas machen, das ihre Tochter zunimmt. Und auf längeres Befragen stellte sich dann raus, dass die Pina, die immer schon rauchte, auch als ganz junger Mensch, ihr Geld investierte in Nikotin und Koffein. Und das ist das Leben lang geblieben. Sie hatte kein Geld mehr zu irgendwie Nahrung zu kaufen. Also die sah richtig aus, verhungert. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Vorhin im Ausdruck, sie war sehr zart. Das wäre der richtige Ausdruck. Ich war sehr erstaunt, als ich dann hinter ihr in der Mensa war und dann holte sie so rotes Hackfleisch und hat das auf ihr Brötchen gepackt. Und dann habe ich mich so gewundert, morgens zum Frühstück auch schon relativ früh. Ich war eigentlich immer sehr früh, weil ich mit dem Zug kam. Also dann, gut. Und dann habe ich mich sehr gewundert, dass so eine zarte, zierliche Frau oder so einen Haufen... Hier sagt man Tata. Ich weiß nicht, in Luxemburg heißt das anders. Es war so Rindfleisch, rotes Rindfleisch mit. Und das hat sie dann, ja, gegessen mit ihrem Brötchen und ihrem Kaffee. Und das ist eigentlich so dieser Kontrast. Bei ihr fand ich immer eigentlich alles sehr kontrastreich. Sie ist ab und an mal mit ihrem Mentor, dem damaligen Leiter der Volkwarenschule, in den Kaffee gekommen und hatte sie noch da sitzen, Kakao trinken und Kuchen essen. Und der Kordiose, sie haben sich ganz interessiert unterhalten. Also der war sicher 30, 35 Jahre älter als sie. Sie hatten aber ein ganz vertrauensvolles Verhältnis. Und ich denke, der hat sie enorm gestützt und gefördert. Da gab es noch die alte Mensa hier. Und ich hatte schon meine erste Vorstellung gesehen in Wuppertal. Das war der erste Abend der zweiten Spielzeit. Das war wieder die gemischte Abend mit Großstadt von Jos. Ich bringe mich um die Ecke und Maler. Und ich fand das ganz okay. Aber Studenten sind ja ziemlich an, was das angenommen hat. Und ich habe es nicht verstanden, warum Tänzer singen müssen, wenn sie nicht singen können. Und ich weiß, dass ich in der Mensa saß mit dem Leiter der Abteilung, ganz zügig. Und da kamen drei Herrschaften rein. Und das waren Pina Bausch, Rolf Borczyk und Jan Minarek. Und das war offensichtlich so, dass Rolf und Pina dem Jan Minarek mal die Volkbarnhochschule zeigen wollten. Und die setzten sich am Tisch und Zülich sprach sofort mit Pina und ich kam ins Gespräch mit Rolf. Und das war interessant und das, was ich aber, was mich verwunderte, dass ich so mit einem Ohr hörte, Klänge hörte, die mir so bekannt vorkamen. Also, weil Pina damals noch sehr viel mehr mit einem sohniger Akzent sprach als später. Und ja, es klang so, wie bei meinen Omas und Tanten. Und dann hat die auch gefragt, dass das kam so bekannt vorkommen. Und ich hab dann kurz ausgetauscht, dass sie beide auch so in ihn kommen. Und das war eigentlich mein erstes Treffen mit Pina. Ich fand es immer schön, weil meine, das ist mein Ort gestanden, meine Großtante kam. Und dann war meine Woche zu mir, um meine Wohnung ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und Pina freute sich immer sehr, sie zu sehen, weil meine Großtante also ziemlich deutliches soliger Platz sprach. Und sich immer freute, wenn meine Tante irgendwelche Worte verwendete, die man also nur in sohlingen kennt. Und so, ach, das hat sie stundenlang nicht mehr gehört. Außerdem muss ich sagen, sie kam immer mittwochs und Pina hatte gerne mal überzogen und so. Aber wenn ich sagte, ich muss jetzt gehen, Tante Erna kommt gleich, kein Problem, wenn Tante Erna kam. Der Vater, das Verhältnis Vater und Tochter schien mir sehr eng zu sein. Denn der Vater hat, das war ja der Besorgte, der uns das auch erzählte und der sich bemühte, als die Tochter aus Amerika kam. Aber ich glaube, das, was wir heute oder sie vielleicht als Mutter unter Erziehung verstehen, das war da aus Zeitmangel gar nicht möglich. Und das, was sie eben sagten, man hat sie in Ruhe gelassen. Sie hat oft gehört, was Menschen sagten und was sie so taten. Und die Atmosphäre in dieser, sagen wir doch mal, etwas arrogant Kneipe war schon bestimmt von Fernfahrern, von schlichteren Menschen, von Männern, die viel Alkohol abends tranken. Und ich sagte es ja eben schon, wir haben so ein wenig als bürgerliche Familie darauf runtergeguckt. Und ich konnte mir aber das, was die Pina auf die Bühne gebracht haben, ich glaube, das wäre, wenn sie in unserem Elternhaus gelebt hätte, hätte sie so ein Kontrastprogramm nie gemacht. Das ist für mich ein Stück der Erklärung für ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität und ihr Anderssein. Und bei ihr habe ich das ganz extrem empfunden, dass sie so was auf der einen Seite was sehr Starkes hatte und dann aber auch was sehr Zerbrechliches. Und ja, so wie so eine gefährdete Person empfand ich sie. Aber wenn man sie so sah, hat man gedacht, dass sie, also ich will nicht sagen depressiv, aber so ein bisschen melancholisch wirkte. Aber beim Reden und so war sie so intensiv und so präsenter. Und das hat mich immer fasziniert auch an diesem, also ich sag jetzt mal was, was vielleicht, sie war sehr schön und auch hässlich. Und diese Polarität in allem so, es war aber irgendwo wie so eine Einheit sehr ausdrucksstark. Und insofern war das auch eine Schönheit, fand ich so in ihrer, sie war nie geschminkt, ich habe sie nie geschminkt gesehen. Dann haben wir auch Fantasien gehabt, ob vielleicht dieses Kontrastprogramm, diese schlichte Kneipe, eine Freundin von mir hat da so ein Pflicht. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Das gab es so in der Jugend, hat das da verbracht. Und die sagte Renate, da kommen ganz viele aus dem Theater hin. Die Frau Bausch macht ein wunderbares Mittagessen und ist auch sehr preiswert. Und wir haben uns gedacht, die Verbindung zum Theater von Anita und Pina hat da in der Kneipe der Eltern angefangen. Und sie hat immer mit großen Augen gesessen und die Menschen beobachtet. Und das fiel mir auch auf, wenn sie zu uns ins Café kam. Gesprochen hat fast nur ihr Mentor, der Herr Joos. Sie hat immer zugehört, sehr aufmerksam. Und einmal hat sie auf ihn lange gewartet, da hat sie da gesessen und hat bei uns die Menschen, die zu uns kamen, auch beobachtet. Das war eine große Gabe von ihr. Und das hat sie wohl auch als Kind zu Hause getan. Und vielleicht sind da viele, viele Ideen entstanden. Denn ich habe sie ja gefragt mit dem Café Müller. Ja, da habe ich meine Jugenderlebnisse auch mit eurem Café verarbeitet. Und ich habe sie gefragt, bei mir kam das immer so an. Auch diese Ballettszenen, speziell Café Müller. Die Männer im Smoking und die Frauen in Cocktailkleidern mit zum Teil etwas höheren Absätzen. Also die stellten so Szenen dar, die schon zum Teil auch feindlich waren. Ich sage, Pina, mir kommt es so vor, als ob hier der Kampf der Geschlechter stattfindet. Und da sagte sie, genau das ist mein Thema. Das hat sie sehr bewegt. Ich war früher im Theaterverein hier in Solingen. Und da war, ich weiß nicht, ob sie das alte Theater noch gekannt haben, die Schützenburg. Nicht mehr, ne. Und die ist ja abgebrannt. Und da wir gern festes Abonnement hatten, hatten sie uns versprochen, wir wurden dann mit dem Bus immer nach Wuppertal gefahren. So. Und dann hieß es dann später, wenn in Solingen wieder aufgebaut wird, dann sind wir die Ersten, die bei der Eröffnung dabei sind. Aber das war nicht der Fall. Da war die Prominent, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die war da. Aber die, die die Treue gehalten haben, all die Jahre, das hat ja lange gedauert, bis das Solinger Theater wieder aufgebaut wurde. Und da kam irgendwann, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, dann hat die Tina Bausch, hat Kaffee Müller getanzt. Und das Kaffee Müller, das kann an und für sich bloß jemand verstehen in Bewegung und allem drum und dran, der auch das Kaffee gekannt hat. Denn ich habe so viele Fremde gehört, die das Kaffee Müller tanzen gesehen haben und haben gesagt, was ist denn das? Was bringen die denn da? Und, aber wie gesagt, also wenn sie Kaffee Müller kennen, dann, oder wenn man das Kaffee Müller kannte, dann wusste man, was die Tina da darstellen wollte mit diesem Kaffee her. Und das Kaffee Müller, das war früher, ich sag mal, das erste Lokal am Platze da, ja. Da kam die ganze Prominenz hier von der Umgebung hin und haben dann da Kaffee getrunken. Und da wurde ja nicht nur Kaffee getrunken, sondern da waren alles mögliche Gesellschaften, die da stattgefunden haben und so, ja. Und da waren, zur damaligen Zeit, wenn ich das so sagen darf, schon die Autos, die heute so bei gehobenem Gehalt zu sehen waren, die waren damals auch schon da zu sehen. Also es war schon etwas der Kaffee Müller. Besonders erinnere ich mich an Melken, weil unser Geschäft, damals waren wir noch kein GmbH, aber der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, der hatte was mit der Bild-Zeitung gemacht. Dann gab es einen Artikel, Lutz-Tanz für Oma und Oma, Milly und Tante Anne. Da kam jemand von der Bild-Zeitung, machte ein Foto und ein... Außerdem will ich es nie vergessen, weil meine Oma hatte mich gefragt wegen Karten, ich sag, ja, da kann ich nicht viel zu sagen, weil das ist ja unabhängig und ich hab keine Beziehung. Aber ich werde das schon machen, keine Ahnung, ihr kriegt eure Karten, ich verspreche es mal. Dann riebe ich an und sie sagt, ja, ich hab meine Karten schon. Ich sag, du musst doch keine Karten kaufen. Ich nehm mich, wieso. Ich hab da angerufen und hab gesagt, ich hätte gern zwei Karten und dann sagt, die kostet. Ich sag, wieso, ich muss doch nicht zahlen, wenn mein Enkel tanzt. Außerdem hätte ich gern gute Karten und sie hat tatsächlich organisiert, ohne zu bezahlen, sie hat genau die beiden Mittelplätze in der ersten Reihe besiegt. Und in diesem Stück kommt es ja vor, dass ich ins Publikum gehe und umarme, dann musste ich, dann kam dann meine Oma um Abend und meine Tante um Abend. Um Ende 1940 und Anfang 50 tauchte eine Tänzerin in Solingen auf, mal für einen Ballettabend. Ich meine mich zu erinnern, dass sie Höpfner hieß, eine Ausdruckstänzerin, die damals schon nicht mehr jung war, sicher Mitte 30. Und da bin ich hingegangen. So etwas Eigenartiges, aber für mich ganz Faszinierendes, eine Frau nicht mit Tüllröckchen oder mit Spitzentanz, sondern eine, die, sagen wir mal, Leidenschaft und Tod und Krankheit und Freude alles nur nonverbal über Tanzbewegungen ausdrückte. Und ich war von dieser Frau so fasziniert und war so begeistert, obwohl das Publikum, was nicht so zahlreich erschienen war, kaum geklatscht hat. Und ein paar Tage später sagte ich zu der Anita Bausch, hör mal, Anita, da habe ich was Tolles gesehen. Schade, dass du nicht da warst. Sagt sie, was? Ausdruckstanz? Das gibt es nicht. Das würde ich mir nie angucken. Das ist ja was ganz Grauenhaftes. Ich weiß ja, wen du meinst. Und da fing mein Interesse an, noch stärker zu werden, weil ich dachte, ja, muss das denn immer so konservativ bleiben, auch beim Tanz? Und da ist so mein Interesse erwacht und ich denke, das war so der Vorläufer auch von dem Interesse an dem Tanz, den die Pina Bausch später auf die Bühne brachte. Und dass sie so Alltagsszenen umsetzte, war ja sicher in der damaligen Tanzszene ganz ungewöhnlich. Und das fand ich immer so faszinierend, ein Synonym für dieses gelebte Leben in der Kneipe, bei Bausch oder bei uns oder auf der Straße oder sonst wo. Das fand ich einfach faszinierend. Die hatte mit Sicherheit keinen Lampenfieber. Mit Sicherheit. Weiß ich nicht, wie es in ihr aussah, aber die machte mit Sicherheit nie den Anschein, dass die Lampenfieber hatte. Ganz präsent war die immer. Also ihr ganzer Charakter war in meinen Augen eben locker. Sie war locker. Ich habe sie dann später nicht mehr erlebt und auch nicht, keine Aufführung so erlebt. Ich habe zwar diese Geschichten mitverfolgt, als diese ersten Aufführungen auch in Solingen waren, dass man geboot hat und mitten aus der Aufführung rausgegangen ist. Aber es war was Neues. Das erste Stück, doch, mir fällt was ein, aber ich weiß nicht, wie das Stück hieß. Pina Bausch war noch bei Volkwang. Das war 1973. Es muss Anfang 1973 gewesen sein. Und mein Mann, mein damaliger Vorgesetzter, hat gesagt, da müsst ihr unbedingt hingehen. So, wir sind auch da hingegangen. Ich bin mit Verwandten hingegangen. Ich weiß noch genau, was ich anhatte. Da habe ich Pina Bausch zum ersten Mal gesehen. Und sie ist dann schon in der Spielzeit 1973, 1974 nach Wuppertal gekommen. Arne Wiesenhöfer hat sie nach Wuppertal geholt. Ja, und dann entstand das Tanztheater. Einmal bekam, sie saßen wir nach der Probe im Essen und guckte ihre Post raus und hatte einen Trauerbrief bekommen. Und sie sagten, ach ja, der ist einfach mal sehr wichtig für mich, an Herr Kaiser, der gestorben ist. Und dann sah ich diese Todesanzeige, die steht mit Kaiser, Altenhoferstraße. Jetzt weiß ich nicht, ob es andere gehört hat. Jedenfalls waren die Kaisers, die lebten direkt neben meiner Oma im Haus. Und ich habe als Kind viel Zeit verbracht mit Frau Kaiser. Weil die immer zum Spielen hinbekommen. Und dieser Herr Kaiser war so etwas wie Kulturdezernent im Solingen. Und der hat Herrn Wüstenhöfer darauf aufmerksam gemacht, er solle sich doch mal diese Choreografin angucken, die da für das Volkwangballett choreografiert. Und so über ihn ist der Kontakt zu dem Intendanten in Wuppertal zustande. 1975 kam dieser, ich weiß bis heute nicht warum, weil am Ende des ersten Jahres hatten wir einen kleinen Auftritt innerhalb des Tanzamts hier an der Schule. Und ich war ja wirklich mit 21, ich war eigentlich völliger Anfänger. Und ich war groß und hatte kein Ballettunterricht und nichts. Sondern ich weiß nicht, was Pina da gesehen hat, warum sie, weil die anderen, die mitmachten, wir waren zu 40, die waren in der Abschlussklasse. Aber sie wollte unbedingt mich haben. Sie wollte, das sagte sie zu mir, Herr Züllich erzählt er weiter, ich möchte gerne den Großen mit der großen Nase und der schönen zweiten Position haben. Warum, weiß ich bis heute, ich wollte sie immer fragen. Was hat sie an mir damals gesehen? Ich weiß es nicht, weil ich konnte ja da nichts. Ich bin ja nun hier nach Karlsruhe gezogen, vor 18 Jahren. Ich glaube, bei einer Wiederholung des Balletts Café Müller in Wuppertal, wo ich mit einer Freundin war und die so entsetzt war, ich sage, Rita, du musst eine halbe Stunde auf mich warten. Da bin ich noch mal hinter die Bühne gegangen. Da hat sie praktisch nicht mehr mitgetanzt, hat im Hintergrund in so einem langen, lockeren Gewand gestanden. Ich hatte das Gefühl, sie steht da wie eine Statue. Was das bedeuten sollte, weiß ich nicht. Und da sah sie sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Habe ich vergessen. Das war die letzte persönliche Begegnung. Aber da haben wir uns wie immer die Hand geschüttelt. Und sie war ganz herzlich und immer erfreut, dass ich da auch hinkam. Immer dieselben Stücke und da. Und das ist so. Ja, und wir haben ein bisschen sprang. Und sie sind immer weiter drängend. Ich sage, du, ich würde lieber ein neues Stück mit dir machen, als die alten Stücke spielen. Und dann sagt sie, ja. Meinst du das ernst? Und dann sagt sie, ich glaube schon zwei Wochen später rief sie mich an. Wie sieht es denn aus? Wann kommst du denn jetzt? Ich sage, ja, aber ich meinte nicht jetzt. Ja, wieso denn? Ich sage, ihr seid doch schon lange dran. Nee, ich habe noch gar nichts. Und dann war das zufällig auch Ende Februar. Im März haben wir ja hier Semester gehen. Und dann bei dem Stück. Und dann sagt sie, ach, jetzt, wo wir dabei sind, weil ich will Bandonien gern wieder aufnehmen. Und dann könntest du nicht die Rolle von Jan machen. Und dann neu anfangen. Ich habe versucht, in ihrem Sinne das so gut wie möglich zu machen und musste natürlich auch zwischendurch Entscheidungen treffen, weil sie nicht einfach oder sonst einfach. Die letzte Aufführung von ihr war, auf dem Berge habe ich ein Geschrei gehört. Die Vorstellung wurde leider abgebrochen. Jan Merinek stand auf der Bühne. Die Bühne war vor lauter Tauf. Er musste mit zugehaltener Nase mit zwei Luftballons in der Hand tanzen. Und es ist ihm irgendwie komisch geworden. Die Vorstellung wurde abgebrochen. Wir sind dann später vom Zentral weggezogen. Und dadurch sind wir da. Ja, und dann auf einmal hieß es, die machen zu. Und ich weiß nicht, ob die sterben sind. Ich habe auch komischerweise keine Todesanzeige oder so, obwohl wir doch verwandtschaftlich damit zumindest um der Ecke rum verwandt waren. Ja, da waren die, wenn wir weg sind. Die Frau war weg, die Tante war weg, der Onkel war weg, die Tina sowieso schon, war die schon lange weg, ja. Und wie gesagt, also, dass die Solinger da nicht ein bisschen, soll ich sagen, Eigeninitiative ergriffen haben. Wir haben gesagt, lass das mal stehen. Wir machen da nochmal draus, ja. Dass so klamm waren die Solinger, verständlich sind sie ja heute noch. Aber dass man einfach, vielleicht hätte man auch durch Sponsoren, hätte man das so herrichten können, dass zumindestens wussten, aha, das ist Tinas Elternhaus, ja. Aber dann einfach abreißen, also da war auch noch nicht mehr da. Die Spannungen dann zwischen der Familie und der Pina, die wurden beim Älterwerden relativ groß, wo die Bauschen, ich glaube, ins Hessische sind sie gezogen. Ich weiß es nicht mehr. Und sie hat ja auch später, was die Solinger ihr übel nahmen, auch nichts daran tun wollen, das Elternhaus zu erhalten. Das wurde ja abgerissen. Ich konnte das gut verstehen. Das war total zerfallen. Das hätte die nie finanzieren können. Aber ich glaube, so gerne hat sie sich da an Solingen nicht mehr erinnert. Ich glaube. Es hat mir sehr leid getan, dass sie verstorben ist. Ich war morgens im Badezimmer. Ich habe im Badezimmer immer das Radio an und da hörte ich die Nachricht, Prima Bausch ist verstorben. Nein, es war schon ein sehr schönes Vertrauensverhältnis. Und auch so in der Arbeit. Am Anfang habe ich manchmal beschwert, dass sie sich nicht um mich kümmert, aber man sagte sie zu mir, du brauchst mich doch nicht. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das irgendwie als ein ganz großes Kompliment habe. Früher war ich nur sauer, weil sie sich nicht um mich geklärt haben. Ich bin ja eingesprungen für Mächtet Grossmann in Land Sonn, als ich plötzlich eine Hirnkubik hatte nach der Premiere und innerhalb von einer Dreiviertelstunde bin ich reingeschwungen. Das und das zum Teil kann ich bei Sachen. Und dann sagte sie ja, warum bist du denn so nervös? Du kannst doch nichts falsch machen. Andererseits konnte ich es auch ganz umgekehrt machen. Sie konnte einen innerhalb von Sekunden völlig verunsichern. Und dann ging es auch ganz umgekehrt machen. Und dann ging es auch ganz umgekehrt machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020